Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guess who's back? Drei Kilo mehr, völlig in Ordnung. Ich bin zurück aus meinem Urlaub und habe mich lange zurückhalten müssen, dieses Video nicht zu machen, denn in mir brodelt es. Sehr doll, sehr intensiv, intens. Ich habe nämlich vor, ja mittlerweile knapp zwei Wochen, sehr sehr viel Geld ausgegeben. Unter anderem meine rechte Niere für dieses Video, denn es gibt nichts Neues, aber schon eine Weile, und das kam jetzt erst wirklich bei mir an, Make-up für Männer. Vier Jahre lang meiner täglichen Arbeit sind weg. Mit einem Schlag. Aber Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet eine wunderschöne Zeit, ihr habt ja jeden Montag, Mittwoch und Freitag ein Video von mir bekommen, und das ist das erste Video nach meinem Urlaub. Ich fühle mich gut, es tat richtig gut, auch wenn ihr bei Instagram gesehen habt, dass eigentlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte. Es tat es einfach gut, einfach mal rauszukommen und ein bisschen zu entspannen. Heute starten wir aber mit einem Banger. Ihr habt es eben schon mitbekommen, Chanel hat sich vor einiger Zeit mittlerweile schon gedacht, hey komm, bringen wir einfach Make-up für Männer raus und machen damit Geld. Ich habe dazu eine Meinung. Und zwei verschiedene eigentlich. Wir starten aber heute, und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bis zum Ende dran bleibt. Das hilft mir tatsächlich sehr. Der YouTube-Algorithmus ist im Moment nicht der netteste. Egal, what's popin'. Freunde, ich habe 240 Euro ausgegeben an Produkten, an Make-up. Und eigentlich benutze ich nur zwei Sachen davon bis jetzt. Ich habe die Sachen nämlich mit im Urlaub gehabt, um einfach euch so eine kleine Review zu geben, wie funktionieren die Sachen, mag ich die Sachen und vielleicht sind die Sachen auch was für euch. Denn guess what? 98% meiner Community sind weiblich. Demnach ist natürlich mein Fokus auch auf, nee, Quatsch, mein Fokus ist nicht auf Make-up für Frauen, weil, gibt's nicht. Es gibt kein Make-up für Frauen, es gibt kein Make-up für Männer. Aber, ich habe eine Meinung, aber wir starten erst mit der Foundation. Und das ist die Beude Chanel Le Teint Foundation. Die gibt es in, ich glaube, sechs Farben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich es den Männern sehr einfach machen wollte. Nach dem Motto, probiere es einfach aus. Dir ist es eh egal, ob die Farbe passt. Ich habe mich für die Farbe 40 Medium entschieden und, Freunde, was soll ich sagen, die passt ziemlich, ziemlich gut. Ich nehme mir einen Foundation Brush und gebe mit rein. Ich hole euch auch gleich ein Stückchen näher ran, denn ich habe die Foundation schon getestet. Hupala, da war der Ohrring weg. Erstmal Color Match. Ich sage es euch, ne? Bring ich so was für Männer raus, kriegt der Mann hier das auch hin. Eine Foundation Farbe rauszukriegen. Nein, Quatsch. Also, ich habe die Foundation schon getestet. Das ist, ich hatte sie mir leichter vorgestellt, denn ich hatte mir vor einer Weile das hier gekauft von Chanel. Das ist Le Beige Eau de Tint Water Fresh Tint. Das sind so kleine Kügelchen in einer durchsichtigen, ich hole es euch mal raus. Sieht so aus, sieht so ein bisschen aus wie Kaviar. Und wenn du es dann mischst, dann platzt das so ein bisschen auf. Erstmal ist es nicht die richtige Farbe. Die Deckkraft ist okay, aber, also, eigentlich ist es ein Primer mit so ein bisschen Farbe. Ich trage mir das mal hier auf der Seite auf. Das Ding ist, das sieht schön aus und als Primer ist es auch wunderbar. Die Foundation da drunter sieht fantastisch aus, aber ich kriege davon Pickel. Deswegen benutze ich das nicht, außer halt jetzt fürs Video. Ich mache das Ganze nämlich gleich wieder ab. Farbe, top. Top, Deckkraft, das ist genau das, was ich mag. Aber, 70 Euro. Und das ist ein Ding, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Make-up, wenn es für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist, dann extrem verteuert ist. Weil nämlich, ihr kennt es mit Sicherheit, die Damenrasierer in der Drogerie sind teurer als die Herrenrasierer, obwohl sie nur in Rosa sind. Das ist ein ganz großes Problem, was ich nicht akzeptiere und ich mich mit meiner ganzen Kraft dafür einsetze, dass es da Gleichberechtigung geben wird irgendwann. Weil es kann nicht sein, dass der Rasierer nur, weil er rosa ist, 30 Cent teurer ist. Das ist Quatsch. Hier habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch tut. Es ist tatsächlich ein Stückchen teurer als das Make-up für Frauen. Aber ich habe eine Theorie. Auf der einen Seite könnte ich jetzt sagen, was für ein Quatsch. So eine Unverschämtheit, Make-up für Männer rauszubringen, das macht meine ganze Arbeit kaputt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, Okay, Channels Zielgruppe allgemein ist ja eher der gut verdienende, gut situierte Mann. Fashionbewusst sehr, mutig sehr. Er hat einfach Geld und dem ist egal, ob die Foundation 70 Euro kostet, deswegen kauft er sie. Aber mir ist es nicht egal. Kommen wir gleich zu. Es sind zu viele Infos in diesem Video. Ich mache mal schnell die andere Seite. Okay, ganz kurz. Ihr seht, die Foundation oxidiert tatsächlich ein Stück. Farblich hat sie am Anfang besser gepasst als jetzt. Das ist meine Sommerfarbe. Deswegen freue ich mich auf die im Sommer. Ihr seht, die Deckkraft ist gar nicht so leicht, wie wir uns gedacht haben. Aber das Verrückte bei dieser Foundation ist, die macht das halt alles sehr einfach. Also du trägst sie auf. Ich habe nicht mal einen Schwamm benutzt und sie sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Und im Prinzip bräuchte ich auch kein Puder, weil das ist eine selbst settende Foundation. Du kannst so rausgehen und die sieht so den ganzen Tag aus. Verrückt. Auf der einen Seite hätte ich jetzt gedacht, okay, eigentlich darf ich das Ganze gar nicht unterstützen. Aber ich kam dann irgendwann zu so einer Idee und dachte mir, wenn das hilft, Männern Make-up näher zu bringen und akzeptabler zu machen, wenn ein so großes, sehr konservatives Modehaus wie Chanel Make-up für Männer rausbringt, dann ist das ja eigentlich was Gutes. Und das ist, weil es allen anderen Männern und allen anderen Marken zeigt, hey, es gibt diesen Markt dafür. Nicht unbedingt Männer wie ich, die auch mit Lidschatten und allem Möglichen rausgehen, sondern dieses, ich perfektioniere etwas, was mich stört. Ich pflege mich und diesen Look möchte ich so ein bisschen probieren und funktioniert damit auch sehr gut. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, 98% von euch sind weiblich, könnte das was für euch auch sein. Da kommen wir nämlich gleich zu. Denn die Foundation ist mega. Ist sie 70 Euro wert? Nein, nichts ist 70 Euro wert, außer es ist, nein, nichts ist 70 Euro wert. Aber sie ist mega. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Das ist eine Deckkraft, die für viele ausreichen wird. Die ist nicht ganz glowy, die ist aber auch nicht ganz matt und sie gibt eurer Haut eine für mich sehr surreale Ähnlichkeit zur Haut. Ein bisschen Textur, ein bisschen Bewegung, aber nur an manchen Stellen. Also ihr seht das, ne, das ist jetzt nicht glowy, wie wenn ich die Rivalasmi Foundation benutze, sondern das ist einfach Haut. Und wenn ich euch ein Stückchen näher ranhole, dann seht ihr das Ganze auch. Das ist sehr ebenmäßig, aber trotzdem ausreichend. Und ich habe sie im Urlaub jeden Tag getragen. Ich habe mir nur ein bisschen was Helleres mit reingemischt, weil das ist aktuell einfach ein bisschen zu dunkel. Hier im Licht geht es gerade und das sieht sehr, sehr passend aus, passender aus als alles andere, was ich euch, ihr sonst immer in die Kamera halte. Aber ein ganz, ganz tolles Finish. Das Porenbild ist nicht unbedingt verfeinert. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Foundation, die macht es einfach einfach. Wenn ich mal nicht so viel Lust habe, hier rumzusitzen und Primer und Foundation und Concealer und dies und das und jenes, das Ding rauf und ihr könnt so rausgehen. Das macht das Ganze für Männer sehr einfach, wenn wir Männer im klassischen Bild sehen, wie scheinbar viele es noch sehen heutzutage. Heutzutage sehr einfach gestrickt sind. Ich habe hier also einmal den Boy de Chanel Concealer in 70 Medium Deep. Die Farben sind gar nicht schlecht für Chanel. Das ist so ein bisschen immer das Problem gewesen in den letzten Jahren, dass viele High-End-Marken noch nicht auf dem Trichter gewesen sind, dass es auch Menschen mit nicht weißer Hautfarbe gibt. Es wird aber besser. Ich nehme mir hier einen Brush und blende mir das Ganze hier ein. Der ist farblich jetzt nicht unbedingt der perfekte Konturton, aber zum Bronzen ist es eigentlich ganz nett. Ihr habt den Preis eben gesehen? Würde ich nicht empfehlen. Also so gut ist das dann nicht. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an diese Clear-Rasier Concealer Sticks aus der Drogerie, die nicht beim Make-up stehen, sondern bei der Hautpflege, weil sie angeblich die Pickel wegmachen sollen. Denn, Freunde, wisst ihr, wie ich mit Make-up angefangen habe? Genau damit. Und zwar das als Foundation. Könnten wir eigentlich nochmal probieren, wenn ihr darauf Lust habt. Das ist ein solider Concealer für nicht unter die Augen, finde ich. Also ihr seht auch hier, der ist so ein bisschen matt. Und die Deckkraft ist jetzt nicht die größte. Zum Bronzen ist es aber okay. Also das ist eine schöne Farbe, aber das ist nicht das Geldwert. Also zum Bronzen, da brauche ich viel, viel mehr Produkt und 40 Euro oder was den Kohl kostet hat, definitiv nicht. Ich zeige euch das Ganze mal unter den Augen. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, denn üblicherweise sind Concealer Sticks ja immer so zart schmelzend. Der aber nicht. Der ist steinhart und der wird auch nicht besser. Also hier ist es kein Problem. Da kann ich schöne Highlights mit setzen. Auch hier auf der Nase. Aber unter den Augen nimmt er die komplette Foundation wieder weg. Deswegen fokussiere ich mir den nur an so Highlight Points. Also hier unten an der Nase und gebe mir den nicht komplett als Concealer für unter die Augen lang. Weil ich finde, das macht die Foundation kaputt. Der schmilzt einfach nicht und ist nur so Highlight. Ist es ein Produkt, zu dem ich weiterhin greifen würde? Ich glaube auch nicht. Werde ich es leer machen? Ja, irgendwie. Wahrscheinlich so ein bisschen als, weiß ich nicht, Lidschatten Base oder so. Weil er hat schon so eine gewisse Deckkraft. Aber für mich ist es nicht ausreichend. Ich weiß nicht, benutzt ihr Concealer Sticks? Ich glaube nicht, oder? Ich probiere jetzt nur so ein bisschen zu highlighten. Also concealen tut er nicht der Highlighted. Ich habe den halt auch in der Farbe 20, weil mir nicht aufgefallen ist, dass es den wahrscheinlich auch in der 40 passend zur Foundation gab. Und ich mag es ja, wenn es immer so ein bisschen heller ist. Und für so ein paar Highlights ist der gut. Denn auch hier, das Ding hält den ganzen Tag. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie zu viel Produkt benutzt habt. Und das ist so ein bisschen praktisch. Aber definitiv nicht das Geld wert, vor allem der Concealer. Nicht bei der Foundation, ehrlich gesagt, bin ich mir da so ein bisschen unsicher. Ja, weil ich sie sehr, sehr gerne getragen habe. Aber ich glaube, ich bin zu geizig, 70 Euro für, was ist da drin, 30ml auszugeben. Packaging ist toll. Das sieht alles wunder, wunderschön aus. Was mich so ein bisschen gewundert hat, bei dem Le Beige hier, dem Water Tint, da war ein kleiner Brush mit dabei. Das war es hier nicht. Den musste man dann extra dazu kaufen. Ihr seht so ein bisschen, das sieht alles recht orange aus. Ich gehe jetzt nochmal mit ein bisschen Concealer unter die Augen, um das Ganze so ein bisschen deckender hinzukriegen. Dann gehe ich einfach mit so ein bisschen Puder hier lang, um das Ganze zu setten. Die Foundation, wie gesagt, settet sich selbst. Der Concealer-Stick auch, aber der Concealer, den ich eben benutzt habe, nicht unbedingt. Alright, Freunde, es geht weiter. Ich habe hier irgendein Haar. Es geht weiter. Und zwar gibt es einen Augenbrauenstift und ein Kajal. Es gab sogar Nagellack, was ich sehr, sehr gut finde. Ihr seht mittlerweile sehr, sehr oft Männer, die Nagellack tragen. I love that. Und ich finde es auch gut, dass dann diese High-End-Häuser das Ganze machen. Wir haben hier ein Spoolie mit dran. Das ist der beste Spoolie, den ich jemals gesehen habe. Das ist nämlich nicht so ein kleiner, sondern der ist extrem groß. Und auch die Form des Augenbrauenstifts ist mega, mega gut. Gut, die ist flach, aber vorne war eine ganz, 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 ganz präzise Spitze. Ich habe den in der Farbe Medium Brown und ihr könnt damit gut so durch die Augenbrauen gehen. Also ich probiere jetzt auch den Fokus auf sehr praktisch zu liegen. Einfach so ein bisschen auffüllen, so ein bisschen bushy machen, ein bisschen wilder. Ich habe gerade ein Augenbrauen- und Wimpernserum in Gebrauch und ich habe das Gefühl, meine Augenbrauen sind einfach 10 Kilometer länger geworden. Und da muss ich mich einfach so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist schön. Auch hier gilt aber für alle High-End-Make-Up-Augenbrauenprodukte. Ist totaler Quatsch für mich, weil gibt es auch für 1,50 Euro in der Drogerie. Gehe nochmal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt sehr, sehr bushy Brows gemacht. Ich mag das im Moment aber total gerne. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das finde ich persönlich ganz spannend. Und das ist ein Ding, wo ich sage, okay, wenn ihr regelmäßig Eyeliner tragt oder Kajal zumindest und ihr es bereit seid, mehr Geld auszugeben, dann gibt es diese Boy de Chanel 3 in 1 Eye Pencils. Damit soll man die Augenbrauen machen können, da soll man einen Lidstrich mitmachen können, dann soll man sich auch die Wasserlinie geben können. Im Prinzip kannst du damit alles machen. 3 in 1, so ein typisches Männerprodukt, ne? Männerprodukt, ihr wisst, was ich meine. Dieses Ding hält. Das ist verrückt. Die Spitze ist recht dick für Augenbrauen, finde ich. Also man kann sich das so ein bisschen hier durchgeben. Sehr, sehr zart schmelzend. Also wenn ihr seht, ich gehe hier rüber und ihr habt sofort eine dicke braune Linie. Gibt es auch in Schwarz. Aber das Ding in den Augen, das sieht so schön aus. Und ich würde mir wünschen, dass das, dieser Guy Liner, mehr zum Thema für Männer wird. Weil ich glaube, das würde so vielen Männern richtig, richtig gut stehen. Einfach, ihr müsst nichts anderes machen, aber einfach ein bisschen Kajal in die Wasserlinie. So ein bisschen verrurig, ein bisschen sexy ist das. Und das bringt die Augen einfach so zum Poppen. Ich gebe mir das jetzt mal in meine Wasserlinie. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist so nice. Schaut euch das an. Einmal lang, alles sofort eingefärbt. Und das Ganze sieht so nice aus. Ich gebe mir das jetzt ein bisschen gröber hin, denn ich finde, damit kann man auch ganz, ganz toll so ein bisschen Lidschatten verblenden. Er lässt sich einen Moment verblenden. Er ist sehr, sehr cremig. Und dann setzt er sich. Er ist extrem pigmentiert. Extrem. Ich gebe mir gleich mit dem Rest hier hinten so ein bisschen lang und gehe dann nochmal durch. Also wenn ihr wirklich ein bisschen Geld ausgeben wollt, dieses Ding ist der Shit. Und das bleibt den ganzen Tag auf dieser Wasserlinie. Ich weiß nicht. Jetzt könnten wir theoretisch natürlich sagen, okay, warum machen das die Frauen-Maker-Produkte nicht? Ich kann mir vorstellen, warum. Dass man öfter nachapplizieren muss, damit man es öfter nachkauft. Hier ist so ein bisschen das Ding, das hält einfach den ganzen Tag. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Auch die Foundation ist halt nur teuer. Ihr habt wirklich einen Moment Spielzeit, aber es setzt sich nicht von der Wasserlinie ab. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ich kann hier immer noch verblenden, aber es bleibt trotzdem da. Das ist verrückt. Das sieht super, super sexy aus, finde ich. Gebt dem Auge einfach noch ganz, ganz viel Tiefe. Ich mache einmal das Make-up fertig und dann reden wir darüber. Alright, Freunde. So sieht das Ganze immer fertig aus. Ich habe ein bisschen Mascara draufgegeben. Noch ein bisschen Pflege auf die Lippen. Auch da gab es einen Lippenbalsam. Aber auch 40 Euro für einen Lippenbalsam. Das ist Quatsch. Auch wenn es High-End-Make-up ist, erzähl mir nicht, dass das Ganze 40 Euro kosten muss. Produktionskosten sind vielleicht 2 Euro. So. Okay. Fazit. Also, die Produkte an sich, Megaprodukte. Ich finde auch, dass das Ziel davon wirklich sein könnte, okay, Männern einfach das Make-up so ein bisschen schmackhafter zu machen. Weil ich glaube, wenn du draufschreibst, dass es für Männer ist, dann würden es auch mehr Hetero-Cis-Männer, die sich nicht so wie ich, einfach täglich mit Make-up auseinandersetzen, damit eher auseinandersetzen. Deswegen 10 Punkte dafür. Ist das Marketing? Hm. Ich weiß es nicht. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, was ihr dazu sagt. Die Antworten waren ähnlich wie meine. Ich bin jetzt aber nochmal auf die YouTube-Community gespannt. Wie findet ihr a einmal den Marketing-Claim? Jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass das ganze Make-up für Männer vielleicht ein bisschen näher bringt. Wie findet ihr die Produkte? Mit Sicherheit. Zu 100%iger Sicherheit. Kriegen wir das Ganze auch mit Produkten für vielleicht 20 Euro hin und nicht für 240. Ansonsten hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Ich benutze die Produkte auch weiter. Augenbrauenstick liebe ich. Der Kajal, Freunde, wirklich ist einer meiner größten Empfehlungen. Der bleibt den ganzen Tag da und das ist etwas, was sehr, sehr gut ist. Und da freue ich mich, dass ich das Geld ausgegeben habe. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und wir sehen uns hier ganz bald wieder. Post auf euch auf! ...